Ja, Herwig, Servus, grüß dich! Alexander! Da drücke ich da drauf und dann flippe ich innerlich aus, weil du hier sogar mit einem Zentimetermaß feststellen kannst, wie hoch du hier diesen Herdblock hochfährst. Du kriegst beim Abspülen immer Kreuzweh, dann sagt deine Frau, kein Problem, dann fahre ich dir die Küche hoch, da kriegst du kein Kreuzweh mehr. So kannst du die Spülküche auch hochfahren. Ja, freilich! Na jetzt ohne Schmarrn, ich finde dieses Rauf- und Runterfahren von der Küche trifft natürlich genau mein Herz. Es ist hervorragend, ich sage immer vielen herzlichen Dank, dass ich halt bei euch sein darf.